oh verdammt hier gibt es nirgends schwarze löscher ich bringe mal dahin das ist das labor ich will mal das labor mal angucken wir schauen wir sind fast da wir sind fast da ich will das schafft schwarzes loch schwarzes loch schwarzes noch nicht gut nicht gut nicht gut ja die strahlung wird sehr weit in bestehen krass oh gott hier ist ein gas riese das wird nie besser freunde das wird nicht besser vor allem auf der welt möchte ich nicht sein zwischen den asturiden gürtel gerne was ist rollung kommen wir jetzt nicht raus das ist ein schwarzes loch vor und die pflanze wächst freunde sie wächst sie wird größer ist das die hier haben es genutzt das sollen wir sogar hin was ist denn dort die strahlung geht minimal zurück weil wir uns wieder ein bisschen entfernen vom schwarzen loch aber ich glaube die wird bei so einem system gar nicht verschwinden die strahlung weil das viel zu heftig ist ich hoffe ich stehle jetzt genau drauf zu das ist nerven aufreibend das ist richtig nerven aufreibend ich habe es war ja ich habe es schon gemerkt geht alles langsam hinüber 3 was das ist positiv ich mache jetzt aber schon als ich mache fehler ich merke das ich muss jetzt echt und gleich mal eine Pause machen, von dem Game an sich. Okay, ich fliege anscheinend gerade zum weitesten, entferntesten. Ernst vorkommen, super. Gold! Das lässt sich doch bestimmt verkaufen, oder? Wenn man noch... Nein, wir haben ja... Oha! Wir haben ja... Hier ein Labor. Wir müssen zwar dahin... Oh Gott, bitte nicht. Voll eingekreift. Wir haben ja das Labor, ich hoffe, dass man da an einem Labor was verkaufen kann. Wenn ja, und es sind freundliche Herrschaften, dann ist das alles kein Problem. Sollen sie allerdings böse sein, haben wir ein Problem. Denn dann kriegen wir nichts für das Zeug. Gar nichts. Ich setze halt jetzt schon schwer drauf, dass wir was kriegen, denn den... Platin ist auch ganz wertvoll eigentlich. Oh, nicht Richtung schwarzes Loch, bitte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah, wir müssen ganz schnell hier weg. Wir checken die Station aus, und dann hat sich das. So, direkt drauf zu. Wir müssen hier weg, ganz schnell. Sonst werden unsere ganzen Leute alle krank. Oh, sehr schön, ist voll drüber zugehalten. Dr. Satsi. Ähm. Ein weiterer Gast in unserem Labor. Wir sind Ksar. Hört nicht auf Lügen von Ignoranten. Auch nicht auf Wahrheiten von Ignoranten. Alles nur gefaselt von Ignoranten. Okay, die Musik, Freunde, gefällt mir nicht. Ah, seid ihr? Was wollt ihr von mir? So eine geile Idee ist, jetzt hier anzudocken. Ich hoffe, man kann hier handeln. Ein bisschen was verkaufen mit denen. Noch ein Gast in unserem Labor. Oh, so viele potenzielle Versuch, so Personen. Äh, nein. Nein. Nein, experimenteller Bürstertrieb. Das könnte gut gehen, das kann aber voll schief gehen, ne? Das würde ich aber echt gerne holen. Krankenhaus. Reparaturen. Oh, man kann hier echt alles reparieren. Oh, Freunde, ich habe kein Geld. Wenn ihr gut handelt. Ach, du scheiße, die Handeln. Ach, schiss. Hier, guck mal. Ich habe es angenommen, ja. Guck mal, das gebe ich auch dazu. Dann machen wir 200 draus. Was? Oh, Alter, ich habe es natürlich nicht mehr mit dem Handeln. Nein, 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 nein. Oh, verdammt, wir können hier alles machen. Das Ding, ne? Zum liebigen Ort im Sektor. Das wäre natürlich mega eigentlich. Vielleicht wissen die ja, was damit anzufangen. Alle Geschichten. Ein großes Imperium. Lebende Energie. Besiegt von stärkerer Macht. Jetzt Energie hält für immer. Unmöglich. Nummerweise unmöglich. Aber was, wenn Energie lebt? Nein, nicht lebt. Falsche Formulierung. Nicht sterben kann, ja. Energiesperre ist ewig. Hört ihr? Fast schon Schreie zu hören. Niemals freie Qualen enden nie. Oder vielleicht nur ausgefallene Batterie? Auch passende Theorie. Okay, die scheinen also schon ein bisschen was über das Gerät. Äh? Nicht interessant, gelangweilt. Toll. Beleidigen. Beleidigen. Die Menschenfrau. Unangenehm. Hm. Ernst. Herausfordernd. Nicht wirklich. Klingt das Spaß? Ja, ja. Natürlich ist Hilfe nicht gratis. Schlag Handel vor. Ihr kennt regionale Krankheit. Zitterfeule. Sehr unangenehm. Ist sehr herausfordernd. Ihr helft. Brauche Freiwilligen. Geht auf Welt. Lasst euch infizieren. Kehrt hierher zurück. Für Heilversuch. Bin fast völlig sicher, dass er klappt. Schauen wir uns an, dass er mindestens sich... Hm. Bei Menschenphysiologie. Nein. Keine Sorge. Bringt uns schnell Probe. Wir heilen Fäule. Dann heilen wir Kuh mit Glied. Was sagt ihr dazu? Nein, ziehe ich das Gerät. Der Kraschner. Wir nehmen das an und machen das nicht. Die bleibt hier? Nein, die bleibt hier. Das will ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wünsche nicht, dass sie hier bleibt. Nein, warte. Stopp. Zurück. Pause. Auszeit. Halt. Und wo soll ich so einen blöden infizieren liegen? Wenn dann? Oh, was ist hier geblieben? Mann, oh. Ich kann überhaupt keinen Bock mehr haben, ne? Aber so überhaupt keinen. Ich würde jetzt irgendwann mal einen Kampf machen. Aber so just for fun. Mal gucken, was passiert. Boah. Gibt es hier einen Planeten? Es gibt hier einen Planeten. Yay, noch ein bisschen um schwarze Loch umkreisen. Super. Ich würde gar nicht so passieren, wenn man übelst nach anfliegt. Na, die ist nicht da. Die soll jetzt nicht in Länder fliegen. Du, äh genau, du fliegst in Länder. Okay. Aber die hat schon Knochenbrüche und so. Wenn die nochmal eine Krankheit dazu kriegt, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Wer hat mir ablehnen soll? Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Wir machen das jetzt schnell. Verbrennung. Durch die Strahlung. Aber wir können jetzt noch nicht hier weg. Was tut... Zoe Creed. Ah, ne, Zoe. Okay, die hat noch nichts gehabt. Ist noch alles okay. Die hat noch keine Krankheit gehabt. Das war's okay. ok schnell jetzt hoffentlich klappt das beziehte tiere wir sind sowas von tot sowas von das schaffe ich nicht aus der lübe schädigt das ist ganz schön infizieren in ferne das war's freunde ich versuche jetzt zu beinen hier viele tiere herum einige von ihnen befinden sich im wasser es ist ganz trüb und rötlich aber die tiere trinken immer noch davon zitterfeule im wasser entdeckt ich habe die probe entnommen ich bin ich bin bereit mehr wie dein user es tut weh es tut weh mir wird schwindelig und mir kommen die tränen ich muss ich muss zurück zum schiff oh gott nein also zurück gekommen schloss ist ausgelöst wort das ist nicht dein ernst hat jetzt fieber wir müssen jetzt schnell uns folgt was echt jetzt wirklich was folgt uns jetzt schon wieder angst 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 zustände oh gott jetzt kriegt er alles verdammt dann müssen das ganze zur station nein jetzt nicht keine zeit keine lust nein nein bitte nicht ich echt nie verzeihen einfach zu sterben bevor ich mich rechnen könnte der kollege was hast du wir kommen nicht ein wissen du das wirst du von mir mich töten ach der kleine roboter den kenne ich doch den haben wir doch schon mal den kämmer der gibt uns in dem kind ist auch nicht schlecht nur leider haben wir jetzt einen verloren der ist gestorben bevor wir drüben waren so ihr habt verbrennungen ja toll schön weißt du der ist gestorben und du hast verbrennungen klasse hoffe ich gerade überhaupt keinen bock mehr habe ne ich überlege ernsthaft gerade einfach jetzt sagen da habe ich keinen bock mehr gerade boah es war vielleicht kein guter zeitpunkt das jetzt zu machen verdammt also dieses letztes jetzt gerade aufzunehmen ist noch nicht so toll und das war jetzt irgendwie das ist jetzt gerade nicht so gut ich versuche jetzt mal nach ob wir die wieder kriegen ich habe gerade keinen bock auf das game leider also fürs erste erst mal mal gucken irgendwann eine dritte staffel oder was das ist kein plan komm gucken was passiert ich bin gespannt zuletzt hat er dich lange umgebracht was ich dem zutrauen würde diesen diesen isen und gleiche nicht wie erhofft aber noch frisch genug kann heimel noch ein organ testen perfektioniere details äh ein andermal brauche nur noch mehr versucht personen und oh noch hier ja gut geschäftes geschäft bereit labor für menschenfrau kirsten vor dauert nicht lang da war ich etwas länger pss pss wissenschaft nicht hetzen dann sind wir zurückgekehrt entdeckt ein heilmittel für christens krebs wie geil verrungenschaft nice äh besser das war jetzt zu schnell oder zugrunde da bitte sehr menschenfrau kristen so gut wie neu besser war gelangweilt habe lungen kapazität auf 15 minuten erhöht augen geöffnet um komplettes farbspektrum zu sehen oh und blind darm entfernt dummes ding war weg schienen keinen nutzen zu haben liegt noch auf dem laborboden wenn ihr die wieder haben wollt nein danke gut alles erledigt aus genießt universum schätzt leben muss heilmittel für zitterfäule fertigstellen noch mehr freiwillige will jemand Ganaxie dienen hm vielleicht nächstes mal oh gott hey die hat überlebt und der krebs wurde geheilt wie krass wie gehts den kristen jetzt wie gehts den kristen jetzt wie gehts den kristen jetzt wir haben nichts gegen verbrennungen und EM kanister reicht für einen sprung ja tank auf ich muss sagen wir springen jetzt einfach mal weiter und hoffen wir dass noch irgendwas gutes passiert die haben auch gut wir springen jetzt direkt hier weg aus diesem sektor in diesem schwarzen loch wir waren zu lange hier wir hätten nie so lange hier bleiben dürfen wir können nicht mehr auf planeten landen wir haben keine Länder mehr also wo ist das alles hinfällig wir können doch hier her springen aber wir können doch nichts mit dem landen jetzt machen wir springen jetzt noch mal ein paar mal und dann gucken wir mal da stehen wir ein bisschen nach uns ne ich will nochmal mit denen Kontakt aufnehmen sind die immer noch böse jetzt auf uns oder ist das jetzt gegessen sind die immer noch böse jetzt auf uns oder ist das jetzt gegessen sind die noch böse die rufen uns kette gefällig schlüsselstein zwinkern das dach gefangen viel nahrhaften kasten schmerz eizubrei grausam flucht dankengestang wat tyrannisch viele himmelsdämmerung täuschend mehr ausgezerrte dämmerung reißerisch gönnchen knabbern gefangen rief das karierte gefangen im glas wat dr scotch hat das schiff betreten da versteckt sich jemand entdecke einen blinden passagier oh hier hinten guck mal da wir haben diesen wissenschaftler an bord denn die überall suchen wegen massenmord oh das ist nicht so gut ne empörend auch helft uns wow hoch super oder selbst gefällig gefangen hinter ganz hallo viel gesendet sphäre und traurig und düster schlüsselstein lollipop warte mal der schlüsselstein ist das wie ein gefängnis für die sind da welche drin gefangen wir sollten öffnen ja schlüsselstein sphären gefangen glas flucht aus schmerzen flucht aus gefängnis dämmerung wird auferstehen dämmerung wird auferstehen dämmerung wird auferstehen dämmerung wird auferstehen und ja wir haben das raus geholt aus dem gefängnis quasi gefangen im glas flucht aus schmerz flucht aus gefängnis ok wir sind so gut wie tot ja wir sind so gut wie tot ein schuss ein bisschen tot ich denke immer vielleicht bringt es was dem das zu zeichnen ist außerdem ist ja die strahlungswarnung ja toll wir sind gleich tot super mal wieder einer fehlt schon jetzt was grünes aber wir können nicht mehr bohren wir können nicht mehr bohren das bringt eigentlich nichts mehr ne wir können nicht mehr bohren wir haben keine möglichkeit jetzt das zu reprodukieren also den wieder zu ach ok ok das ist ja das war vorher zu sehen unsere Schüssel hat überhaupt nichts mehr ausgehalten ähm was ist der Startcode Pikachu ja für die ganz harten ich nicht nein äh äh ja war lustig ich hoffe die kleine zweite Staffel hat euch auch ein bisschen gefallen ach Gott da war wie ein Scheiß dabei aber es war schon lustig nun gut ähm wie gesagt Schofi hatte ein bisschen Spaß bei der zweiten Staffel und ja mal gucken wir sehen uns dann irgendwann zur dritten vielleicht wieder schauen wir ne also bis dahin tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.